Es war einmal, es war einmal vor langer, langer Zeit in Sevilla ein Graf. In seinem Palast, wo es alles gab, gab es nichts Neues. Der Graf wollte viel lieber mit dem stadtbekannten Halloui Figaro Randare machen. Der Graf wollte sich in die Tochter irgendeines alten Knackers in Sevilla verlieben. Der Grafitud Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018